Guten Morgen! Ich werde ihn bestreuen. Bevor die Kreativität kommt die Destruktion. Wir haben die Kreativität. Was ist denn los? Das ist nicht gut. Ist das der Ende? Beerus, du stehst da, wo der Time-Patroller spawnt. Es kommt keiner, ich seh schon. Du solltest nicht überraschieren, Herr, bitte. Nicht schlecht, aber die echte Kampf hat gerade begonnen. Was ist denn los? Troll! Nein, das bedeutet nur, dass ich noch weich bin. Kein-Patroll. Ich würde mal interessieren, warum mein Framerate jetzt schon wieder auf 30 runter ist. Ich finde, da so viel aufgenommen, dass die Platte so voll ist, das wäre doof. Boah, du hast meinen Block geblockt. Na, warte, sterb! Na, warte, sterb! Oh nein, er ist und bleibt eine Anubiskatze. Oder wie auch immer man die Dinger nennt. Ich glaube, die hießen so. Beziehungsweise, es gibt keine Anubiskatzen, aber... Das ist einfach nur ägyptische Katzen? Es gibt halt eine Katzenart in Ägypten, die so aussieht wie er. Abgesehen davon, dass die nicht Lieder sind, aber... ... und dann ist er schnell! Ah, das ist nahe! Ich dachte, ich war fertig! Bingo! Naja, 50. Von dir habe ich auch schon mal einen Dragon Ball bekommen. Hast du noch einen? Und ich habe sie noch nicht mal anvisiert, möchte ich dazu sagen, ja. Schon wieder Material erwähnt. Okay, ich habe jetzt offiziell keine Lust mehr. Rassist! Rassist! Beware, der Typ in Orange! Ich bin in. Ich bin in. Es sieht nicht so aus, wie ich dich zurückgehalten sollte. Du bist sehr gut! Ich habe fast eine Helle von einem Moment. Jubel! Sehr beeindruckend. Ein rarer Genieus. Schon wieder 200 Torbahnen von Piccolo, die ich irgendwo unterbringen kann. Und mache ich das jetzt noch so lange, bis Beerus mir das nächste gibt. Ich könnte euch ja theoretisch mal einmal so einen ganzen Meister lang mitnehmen, aber... Wollt ihr das sehen? Den ganzen Meister-Trainings ab? Zyklus? Das, äh... Ich glaube nicht. Aber man muss euch ja mal die Grinding-Stellen im Spiel zeigen. They are exhausting as hell. Fähigkeiten dann. Ich glaube, die kann ich jetzt mal leerräumen. Willkommen. Seien diese neue hinzugekommen? Nö, sind sie nicht. Dann gib mir mal den, äh... Verlängelnden Kraftstoff und setz den Gegner... Ja... Fetzen Sonne her damit und beifurzieren. Yay! Ich würde mal sagen, du bist ausverkauft. We have nice new items in start. Kann ich ja nicht die Fähigkeiten, die ich habe, auch verkaufen? Nö. Hat der da vorne neues Zubehör? Ich hab da auch meinen Zweifel. We have nice new items in start. Aralees Mütze? Okay, das ist neu. Wie teuer war die? Hunderttausend, ja, ich hab's ja, ne? Und jetzt hab ich auch den Stock mit der Scheiße drauf. Super! Ich habe Scheiße gekauft. Yay! So kommt man hier übrigens an Geld. Ständig Zeug verkaufen, das man... Fünfmal eingesammelt hat. Pikulus Turban zum Beispiel, ne? War der ja grad dabei. Weg damit! Mh... 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 Meister Quittes Stab. Der magische Fächer. Der Scheißstock. Ruten Roshis Bart. Ein dummer Scouter. Bin ich grade irgendwo? Ja. Yay! Voll coole Mütze. Wo? Nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, die Stellen, wo Toriyama damals im Original Dragon Ball versucht hat, seine einzelnen anderen Mangas mit einzuweben. Die haben mich irgendwie immer genervt. Dazu zählt dieser ganze Aralee-Kram während der Red Ribbon-Armee. Das ist so... Muss das sein? Jo! Go, thanks! Zum Glück so weit unten, dass er uns nichts beibringen kann. Also renne ich weiter. Diese verdammte Opa, wo ist der? Wann ist der? Warum? Und wie? So hab ich dann jedenfalls Zongoru durchtrainiert und auch den Kaioshin von vorher irgendwann. Ich hab quasi Dragon Balls gesucht und immer wieder die Leute mitgezerrt, die er halt mitgezerrt haben wollte. Um nicht nebenbei noch weiß ich was für ein krasses Level zu erhalten. Das war ja so... Vor der Kreation kommt die Destruction. Ich hab ewig diese eine Vegetto-Quest gemacht, um da irgendwie mal die Klamotten zu bekommen und dann war auch irgendwann mal gut. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin schon wieder vier Level gestiegen oder so, also lassen wir das mal lieber. Du solltest nicht überraschieren, Herr Zirrling! Das nervt, dass er immer noch einen Energiebalken übrig hat. Aber die echte Battle hat gerade angefangen. Warte mal! Ich gehe nicht ohne einen Feichel! Du? Es ist nicht so, dass ich noch nicht verraten werde. Ha! 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 Ich gehe nicht runter! Ich bin nah an dieses... diesem kinder Druck! ... ... ... ... Craig ist 30. Craig will kabbeln. Craig kriegt aufs Maul. Oder auch nicht. Jetzt kriegt Lugion aufs Maul. Craig zwingt mich dazu, wirklich Aktionen zu machen. Beerus, bleib zurück. Der gehört mir. Wer sich mir nicht ergeben will, der muss dran glauben. Und dann ist es nur Materialobjekt. Da hätte ich jetzt aber mehr erwartet von dir. Das Spiel. Das sind ja alles random Drops, von daher. Egal. Ich hätte echt gedacht, das geht schneller, weil das gestern Abend so fix ging. Ich hatte erst einen Dragon Ball und auf einmal den ganzen anderen Kram und dann dachte ich mir, kann das so schwer sein? Hat die anderen fünf bekommen? Ja, du wurdest nicht eingeladen, San Goku, sowas kann ich nicht leiden. Ich bin nicht erzielt. Ich bin nicht erzielt. Ich bin nicht erzielt. Das ist immer ein bisschen Spaß für mich. Sehr beeindruckend. Ein rare Genie. Und... Indeed. Stand hier vorne einfach Broly rum. Was ist das? Morgen. Hier, das ist für dich. Mir war gerade so nachgeben. Vielleicht kannst du es gebrauchen. Gib mir lieber deine Klamotten. Ich meine, ich habe es ja jetzt schon mir erarbeitet, aber... So ein kleines bisschen zugehalten, Gehörigkeitsgefühl, das kann doch nicht so. Okay, er ist schon über die Hälfte rüber und... schert sich nicht, mich zu trainieren. Na, warte. Dem zeige ich es jetzt. Geh, das ist jetzt offiziell von der Dragonball-Suche umgewandelt worden in die Beerus-Beeindruck-Suche. Den trainiere ich bis zur Hölle und zurück. Ja, cool. Oh, Blast-Meteor muss ich mir merken. Volltreffer wird jetzt aber relevanter. Bei dem kann ich jetzt theoretisch spammen. Man soll die theoretisch auch trainieren können, indem man sich dann da und ausloggt und wieder einloggt, mit denen spricht, ausloggt, wieder einloggt, mit denen spricht, ausloggt, wieder einloggt, mit denen spricht, aber allein wenn ich das schon sage, wird es nervig, also... vergiss es. Diesmal nehme ich mal beide mit, weißt du? Damit man mal sieht, woher der ganze Outfit-Kram kommt. Wobei ich als Fusion zwischen beiden wahrscheinlich nicht durchgehen würde. Ob I am True so ausschalten kann mit dem Ding? Dammit! Ich brauche irgendwas, um meine Ausdauerschneider zu regenerieren. Wie geht es? Du darfst ruhig was machen. Das ist nicht gut. Ich gehe nicht runter. Ich bin used to this... this kind of pressure. Interessant, kaum gebe ich keinen Scheiß mehr darauf, ob einer kommt, der so aus wie das Helder an Dragon Ball kommt, einer, der einen Dragon Ball direkt auf der Brust trägt. Oscar? Ausgehändigt! Schade, wieder nur zwei Material-Objekte? Aber dafür ist er lustig ausgegangen. Am besten so schallte ich jetzt auch Zon-Gohan aus. Ich muss nur darauf warten, dass er kommt. Ach Mensch, Beerus, das wollte ich machen. Mr. Pickle-Op! 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 Ich... 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 Ich kann nur nicht... Ah! Also das ist, wo die Energie herkommt. Ich stehe in! Komm zurück, Son-Gohu! Das war ein Schicksal! Hey, honey! Ah! Es sieht nicht so aus, dass ich dich zurückgehalten sollte. Ganz entspannt. Wegschnippen, wegblasen. Zertrang. Zeug. Du hattest zu viele der folgenden Objekte und hast sie für 50 Seni verkauft. Mischkapseln. Ach so, das ist der Grund. Ich habe also eine Inventargrenze. Mischkapsel S, zeig mal. Aha, 99 kann ich also besitzen. Gut zu wissen. Mr. Satan. Danke, dass du dich hier hinstellst, damit ich sehe, dass alles in Ordnung ist. Schneller hat das Bierosmeter, das heißt, ich lasse das Vegetto wieder zu Hause und schnipp die Leute weiter durch die Gegend. Beerus, das war gemein, ich wollte ihn haben. Ich habe einen Schuh, weil es so lustig war. Gleich nochmal. Verdammt, ich bin kein Match hier. Ach, Rilly, komm zurück. Gut, ich habe es nicht erwartet, aber du bist nicht halb schlecht. Du bist mit Riesa? Ich hoffe, du planst etwas zu tun. Du Brat! Was für ein Vater! Ich bin nicht sicher, dass ich gegen die Schmerzen kämpfe. Ah, keine Ahnung. Komm einfach an mich. Ich würde mich eher darauf achten, du kennst. So verkaufe, aber... Naja, ich könnte die auch einfach mal benutzen zur Abwechslung. Hab dich nicht so. Ich benutze doch schon deine Schnipper-Schnapper-Schnupper-Attacke. Hier, hier müsste stehen, welcher Meister wo ist. Damit man nicht ewig im Kreis rennen muss. Musst du auch so nicht. Ja, muss ich nicht, aber will ich, weil ich brauche. Excel, gut. Ich beende die Aufnahmen nicht, bevor ich nicht den Kaioshin gesehen habe von Irgendwann oder Beerus mir was Neues beibringt. Da bin ich jetzt stur. Wenn es langweilig wird beim Spielbeschweren. Überschweren. Und da muss ich mir mal langsam Gedanken machen, welchen Meister ich überhaupt als letzten Meister behalten will. Weil man kann die ja sich theoretisch zur Hilfe holen, indem man deren Attacken einsetzt oder niedrige Energie hat oder irgendwelche Voraussetzungen gab's dafür. Ihr habt das ja einmal gesehen, damals bei Pan, die ist einfach dazugekommen. Ich hab das seitdem nie wieder geschafft. Mach dieses Kampf wert, wenn du die Schnauhe aufgestattet hast. Was hat mein Kopf gesperrt? Was ist der Fall? Was ist der Fall? Was ist der Fall? Was ist der Fall? Ich gehe nicht runter. Ich bin an dieser... dieser Art von Druck. Guck mal, wieder so ein Chainfilms-Typ. Hatten wir den hier schon mal? Ich würde fast sagen, ihr seht alle gleich aus. Randall. 50. Klar doch. Nee, du bist mir echt zu bunt. Wer auch immer dicht designt hat, hattet, glaube ich, nicht viel Ahnung von Farblehre. Mann, ist der schnell! Schlüsselobjekt! Ein Dragon Ball! Okay, jetzt gibt's drei Sachen, die passieren können, damit die Aufnahmen ein Ende finden. Weil ich jetzt, ehrlich gesagt, Bock habe auf den letzten Dragon Ball noch zu finden. Boah, ernsthaft, Kind! Seidens! Ich war eher nach vorne zu schauen, du weißt?